Jadys and Lantaman, willkommen zurück zu einer weiteren actionreichen, misstrauenreichen, vertrauensbruchreichen, kriegerischen Folge Call of Duty Black Ops 6. So, lasst uns drüber reden, Leute. Ja. Wir sind gespannt. Ich auch. Bitte. Nennt mich Felix. Hi, Felix. Ja, natürlich. Russell Adler ist in der Blackside in Washington, D.C. Der Unterirdischen, die vor fast drei Jahren in Betrieb genommen wurde. D.C. Blackside. Es gibt auch Baupläne. Sie befindet sich unter der Capital Station, was ihr vermutlich wisst. Nee. Verstehe. Nun, es gibt einen kleinen Hochsicherheitstrakt. Dort werdet ihr euer Ziel finden. Wir brauchen einen Plan. Du bist dabei? Sonst würde ich wohl hier nicht sitzen. Sehr gut. Neumann. Felix. Ich brauche einen Weg in die Blackside. Ich prüfe noch mögliche Schwachstellen. Guter Mann. Sag Bescheid, wenn du was hast. Hi. Okay. Okay. Entschuldigung. Hi. Die Gilde schnappte mich als Kind. Eine Weise auf den Straßen Marokkos. Sie wurden meine Familie und zeigten mir, was aus mir werden könnte. Eine Waffe. Ich habe sie gerne beschützt, für sie getötet. Bis sie eines Tages mein Vertrauen missbrauchten. Das war's. Das tut mir leid. Jemand starb wegen mir. Unverdient. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Okay. Ich kriege eigentlich alles in Avalon mit. Ein Gerücht dreht sich um die Gruppe, die ihr sucht. Das Pantheon steckt demnach mit einer anderen Fraktion unter einer Decke. Aber ich weiß nicht mit wem. Adler dachte, es wäre die Gilde. Aber das scheint eher nicht der Fall. Wer es auch ist. Vielleicht kriegen wir es raus. Okay. Okay. So, was haben wir? Oh, kein Geld. Gut. Gut zu wissen. Next Mission. I'm in. Gib mir alles. Die Blackside liegt in einem Teil der Tunnel unter DC. Auf den Plänen, die ich, ähm, geborgt habe, ist ein Einhang direkt unter Capital Station zu sehen. Die Blackside, in der Adler festgehalten wird, erfordert einen Netshaut-Scan. Wir haben keinen Zugang. Zumindest nicht mehr. Eine Chance gibt es jedoch, wenn wir schnell genug sind. Am Samstagabend steigt eine Politveranstaltung in der Station. Übernimm, Felix. Ein Teilnehmer der Veranstaltung, ein gewisser Senator Jack McKenna, hat Sicherheitsfreigabe für die Blackside. Mit einem hochauflösenden Bild seiner Augen kämen wir am Netshaut-Scan vorbei. Ich arbeite bereits an einer Lösung. Wir gehen zu dieser Spendengala, holen uns vom Senator, was wir brauchen, und befreien Adler aus der Blackside, bevor jemand was merkt. Klingt so, als würden Millionen von Menschen lernen, wie ein Beruch geht. Die Kamera funktioniert? Manchmal überrasche ich sogar mich selbst. Hoffentlich bekommst 7Ks den Netshaut-Scan. Du machst dir eine Menge Mühe, um diesen Adler zu retten. Wem sagst du das? Wir haben Bill Case. Ton ist deutlich. Du bist am Zug. Okay, ich mach das, Leute. Vertraut auf mich, ja? Oder sollte ich sagen, Jack Burke, Fotojournalist für den Washington Telegraph. Mach kein Aufsehen. Du kommst problemlos durch die Sicherheitskontrolle. Jack Burke heiße ich jetzt? Ich bin bitte weiter. Okay. Dankeschön, danke. Das ist sehr genötig von Ihnen. Wow. Da drin sind Sie fast fertig. Nur zur Info. Viel Spaß. Dankeschön, danke. Schönen Abend noch. Hi, ich wollte gerade gehen. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber du musst sehr vorsichtig sein. Langley hat sein Team gebildet, um euch drei zu finden, und vielleicht haben sie sogar hier Augen. Werdet ihr entdeckt. Vergiss Suspendierung. Livingston wird euch lebendig begraben. Okay, danke. Es war schön, dich zu sehen. Ja, fand ich auch. Hm, bis dann. Okay. Ja, ja, ja. So, was ist der Plan? Nein. Ja. Der Senator ist auf der Bühne. Benutzt die Kamera für ein besseres Bild. Okay, Kamera. Kann ich noch zoomen? Siehst du den, der Gouverneur Clinton spricht? Sag Hallo zu Senator McKenna. Nutze die Kamera-Case. Was glaubst du, was ich hier tue? Das ist nicht McKenna. Oh. Entschuldigung. Hat's geklappt? Ich zweifle ja daran, dass das funktioniert, Leute. Netzhaut-Scan über ein Bild. Der Senator gibt heute keine Interviews. Und er geht nirgendwo ohne seinen Sicherheitsdienst hin. Also ist die einfache Option vom Tisch. Hier. Nimm das. Ich habe nachgeforscht. Anhaltspunkte markiert, um ihn zu isolieren und dich nah genug für den Netzhaut-Scan heranzubringen. Such was aus. Jemand hat bei seiner Ankunft eine Notiz zugesteckt. Der Senator hat sie angesehen und sie in eine Manteltasche gesteckt. Ich habe überhört, wie er von einem privaten Treffen gesprochen hat. Nehmen wir die. Wenn du Fragen hast, jetzt ist der Moment. Ich sage dir, was ich weiß. Ich habe viele Fragen. Als der Senator eintraf, gab ihm ein Kellner eine Notiz. Was immer es war, hat McKenna die Lange verdorben. Er zerknüllte den Zettel und steckte ihn in seine Manteltasche kurz bevor er reinging. Wenn wir diesen Zettel haben, können wir die Infos sicher zu unserem Vorteil nutzen. Okay. Gut. Gut. Ja, 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 ich mache das schon, ich mache das schon. Kein Stress, ich bin Profi. Okay, ich bin ausgebildet. Ich schaffe das easy. Hey, kann ich den Mantel haben? Im Ernst, das funktioniert. Ich bin im Falschen. Oh, Gott. Oh, Gott. Gar nichts, ich habe das Klo gesucht. Tut mir leid. Kacke. Ich komme nicht jetzt am besten rein. Ha. Soll der da drin sein? Nur für Mitarbeiter, Sir. Ja. Bitte kehren Sie um. Okay, jetzt schaffe ich es. Jetzt könnte ich es schaffen. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Professional, man. Wie? Nein. Oh Gott, nein. Schlüssel. 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 Oh, Geld. Nein. Psch, 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 psch. Das machen wir, Leute. Be careful. Dieser Bereich ist gesperrt, Sir. Ich muss Sie bitten, zu gehen. Mann am Boden, die Gäste sichern und das Gebäude abriegeln. Hm. 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 Ich glaube, so wird das nichts. Oh, nee. Komm, von hier. Ach, Mann. Mann, Mann, Mann. Ihr macht Sachen mit mir, ne? Das kannst du keinem zumuten, ne? Krieg mal noch einen Knall. Kannst du den da weglocken? Nein? Okay. Okay. Ich gehe selber nachfragen. Schnell muss man einfach sein. Muss einfach so schnell sein. Okay. Da kann ich nicht lang. Ich gehe selber nachfragen. Ich gehe selber nachfragen. Dieser Bereich ist gesperrt, Sir. Ich muss Sie bitten, zu gehen. Ja, Entschuldigung. Ich gehe schon wieder. Mann. Zef. Los. Mach du das doch mal, oder? Lass deinen weiblichen Charme spielen. Wofürdi. Entschuldigung, danke. Muss einfach nur schnell sein, so. Gut, so weit, so gut. Ich glaube, ich habe schon eine Strategie entwickelt für die Ecke da hinten. Oh. Nicht hier hinkommen. Nicht hier hinkommen. Nicht hier hinkommen. Oh mein Gott. Oh. Ist er tot? Habe ich ihn umgebracht? Oh Gott. Warum muss ich den denn direkt umbringen? Ist ja barbarisch. Ähm. Wo gehst du jetzt hin nochmal? Du gehst jetzt da rechts rum, ne? Ja. Ich bin da rechts rum. Ich bin da rechts rum. Ich bin da rechts rum. Problem ist Ich glaube ich muss die niederstricken Weil da kommt der Typ auch immer wieder Ist mir eben aufgefallen Das heißt den muss ich loswerden Hallo Hoppala So kommt der jetzt her Komm mal hier Komm mal meine Brust So und Hallo Ich drücke, was passiert, der geht weiter So jetzt muss ich den Typen abwarten Schaffen wir von hier aber nicht Heißt, der muss nochmal weggehen Oh, er kommt wieder Wer ist denn der links jetzt? Ihr verarscht mich doch Leute, nicht cool Warte, von da kam ich Was heißt Habe ich die Taschenlampe? Nee Ich hab' plan Ich muss da hin Warum laufe ich hier hin? Gute Nacht Sadduki ist schlafen Natürlich merkt das keiner Es passiert genau, weiß ich nicht 30 cm gefühlt von ihm entfernt Merke ich nichts vor Wer ist er denn jetzt schon wieder da hinten? Okay, 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 okay Oh mein Gott, I did it Ist hier noch wer? Hallo? Hallo? It's with me, I'm with you Warum ist es verschlossen? Warum ist hier alles verschlossen? Nee, das ist nicht cool Ich kann auch nicht hoch, ne? Ah, nein Ich muss hier aber irgendwo lang kommen Ich muss hier hin Ich bin hier voll falsch gelaufen Fug Ah, Mann Sie haben hier keinen Zutritt Naja, Klappe Ich muss kurz zurück Komm doch Feigling Ähm, wo bin ich jetzt? War ich in der Bar? Nee, ich kam nicht von der Bar Das sieht so kacke aus So, warte Ich bin hier Ich muss nach Ja Witzig Eigentlich Eigentlich muss der noch einmal hier lang gehen Dann packe ich mir den Hallo Und bemerkst du mich nicht? Hey Sie haben sich verlaufen Zur Veranstaltung Gehen Sie weiter in diese Richtung Oh mein Gott Ich hab's echt deswegen entfragt Ist das lächerlich Gott, ist das lächerlich Hat nicht irgendjemand von denen mal einen Schlüssel oder so für mich? Schaut nicht so aus Lalalalalala Ich trinke noch Wasser Lalalalalala Ich geh da rein Ich lenke das Personal ab Ein marineblauer Mantel Mit gold und Klammer Ist voll ansonsten Umweg gelaufen Ich bin sonst auf, dass du nicht gestört wirst Ich war oben, wie ihr Mantel? Wirklich? Darf du nicht mit den Gästen reden oder so? Ich mache die Garderobe Was dauert da so lange Okay, vielmehr von Seths Smalltalk ertrage ich nicht. Oh, na klar. Entschuldigung. Wir waren gerade mitten im Gespräch und sie fassen so weit. Oh Gott, rede weiter. Wo waren wir? Ah, ja. Ich mache die Garderobe. Wir sind lauter berühmte Leute, mit denen man liegen kann. Komm schon. Irgendwo muss ja dieser Zettel sein. Oh. You best. Wir denken, es ist in deinem besten Interesse, unser Angebot zu überdenken. Wir wollen ja nicht deine Karriere ruinieren. Ich page dir einen Treffpunkt. Lass mich nicht warten. Hey Grisham, Sicherheitschef von Eldraine Energy. Ex-Marine, Seal Team 6. Wir müssen den Kerl finden. Laut Akte trägt er eine Brille mit einem dunklen Glas. Ich brauche ein Foto, um seine Identität zu bestätigen. Grisham könnte unser Weg zum Erkenner sein. Okay. Ja, kriege ich hin. Vertraut auf mich, Leute. Ich mache das. Ah. Ist das nicht diese Map-Ruf, die haben wir auch geballert? Ja, das ist die. Warte, was suche ich? Was suche ich? Was suche ich? Hier. Ich bin Aggressiv und mache ein Foto von ihm. Okay. Was hat der? Ein Tuch, ne? Von vorne her, bitte. Nö, du schaffst das. Du? Nee. Aber ein gutes Foto. Das ist nicht Grisham. Noch kein Zeichen. Wirklich fotogen, seid ihr alle nicht, ne? Bist du das? Nee. Du? Nee. Noch einen, bitte. Ah, ein Journalist. Hat Ihnen niemand gesagt, dass mein Mann und der ich keine Interviews geben oder Fotos machen? Nö, nö. Mein Mann hat Aufpassen und eine Sekretäre. Ich bin seine Frau. Auch wenn er das gelegentlich vergisst. Hm. Inoffiziell, wie amüsant. Also was? Oder mit wem es mein Mann tut? Ist wohl kaum ein Geheimnis. Oh. Wenn Sie zum Senator wollen, folgen Sie der Sabberspur bis zu den hübschen Ding, das halb so alt ist wie er. In der Auktionshalle, da war seine Assistentin zuletzt. Die Assistentin könnte unser Ticket zu einem Fototermin mit McKenna sein. Das ist Anne Johansson. Nicht mein Typ. Aber ich verstehe, warum der Senator sie mag. Das ist, äh, kein Mann. Denkt daran, dass er eine Brille mit einem dunklen Glas trägt. Ja. Ja. Mann, Leute. Ihr macht es mir hier echt nicht einfach. Oder ich bin wieder mal zu blöd. Oh mein Gott. Entschuldigen Sie, der Herr. Ich muss nicht kurz ausschalten. Sorry, Bro. Da, ja. Gute Nacht. Oh, dollerlies. So. Was haben wir? Was? Wie, was? Ich check das gerade nicht. Code. Hä? Bin ich jetzt doof dafür? Da verstehe ich das gerade einfach nur nicht. So, hacken. Codeboard 6296. Ah. M. 2 ist. C. 9 ist. K. 4. E. 8, 8. Sind dann N, N. McKinney. 3. So. So. Was ist so besonders an dieser Hoher? Sieh sie wie an, Kies. Sollte nicht schwer zu finden sein. Sie kann nur an einem Ort sein. Und das ist die Auktionshalle. Gut. Ich würde sagen, das war es an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass doch gerne eine Bewertung da. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Alles Gute und Tschüss. Mit Is. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.